Willkommen bei der neuen Folge in Folge! Was darf man da machen? Was soll man hier mitmachen? Guck mal, wie es hier aussieht, Alter! Wir haben keinen Fernseher, keine Coaches! Guck mal, es ist ein Toner, Alter! Keine Videos gemacht, immer noch nicht über 1000 Abonnenten! Ja, Bruder, ich wollte nur sagen, dass das die nächste Folge ist, Bruder! Ich hab auch keinen Bock mehr auf diesem Kanal, ja? Bruder, wir müssen arbeiten oder spenden und sagen uns... Lass uns immer Geld spenden, Alter! Aber wir machen ein Spendenkonto, dann spendet ihr, damit wir weiter Videos finden, auf diesen Challenger kommen! Wir haben immer auch keinen 100.000 geknackt, ja? Jeder Euro hilft, also spendet bitte! Warte, mach doch erstmal ein Konto, wir sollen dir spenden, ja? Ja, Paypal! Und... Paypal, Alter! Gutschein, geht auf! Oder gebt uns einfach auf... Nein... Deine Ahnung, Scheiße! Scheiße, Alter! Ja, YouTube hat uns hier... Ah, aber keine Scheiße, Junge, Alter! Du glaubst, du Scheiße, jedes Mal kommt die Scheiße auf deinen Mund! Was beeinflusst du doch mal an, Alter, ja? Steht auf! Und jetzt, was machst du denn mal an? Gib mal hinter der Kamera, Alter, ja? Was hast du da an? Haltet alle die Fresse! Was behalt die Fresse? Was labert dein Typ, ja? Ich hab gesagt, steht auf! Kließe! Hier, Hunde! Ich weiß nicht, was das hier soll, ihr seid nicht ganz ehrlich, Alter! Und jetzt? Elias, was passiert hier? Junge, was stimmt nicht mit dir, ja? Jetzt beginnt die neue Ära für euch! Was für neue Ära, der Kanal ist tot, Junge! Was labert ihr da, ja? Ich hab doch gesagt, wir sollen Eistier rausbringen! Seid ihr bereit? Ja, 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 ja! Weiß nicht mal! Wir wollen nach Hause! Oh! Tschüss! Ey, wo sind wir? Wir sind in Amerika! Guck mal, was haben wir an? Wir sind in einer Show! Aber warte mal! Die Company? Hier steht einfach die Company! Was ist das? Ilias? Ilias? Das ist unser Kameramann! Ilias! Hä? Ilias, wo sind wir hier gerade, Bruder? Sag mal, wo sind wir hier? Boah, was ist das hier, Alter? Mit diesem... So, haltet jetzt alle die Klappe, jetzt wird gedreht! Meintest du das mit der neuen Ära? Ja, da staunt ihr was? Gibt jetzt Gas hier, Hunde! Wir müssen ne 100.000 knacken! Bruder! Es ist vorbei, Junge! Der ganze Light ist vorbei! Yeah! Ja! Ja! Bruder, chill mal, steh mal auf! Ich möchte da sitzen! Warum? Ich möchte da sitzen! Weil das ist meine Schokoladenseite! Können Sie mal da stehen und rüber gehen, ey? Bruder! Guck mal, ja? Ey! Guck mal, ey! Guck mal! Hä? Wir haben sogar hier überall die Company stehen! Bruder, ey! Schon dieser Elias, dieser Kameramann, der ist ein Magier! Aber warte! Warum hast du es nicht vorher gemacht? Du warst ein Jahr, hast du es an der... Was hier, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge von... Challenge dein Vater! So, Freunde! Jetzt wird abgerissen! Die neue Ära kann beginnen! Schluss mit lustig! Wir haben euch auf jeden Fall einiges zu verkünden! Deswegen haben wir auch die ganze Zeit nichts produziert! Weil wir waren... Wir sind schon seit einem Jahr mit dieser Baustelle hier zugange! Und es ist fertig! Es ist fertig! Es ist fertig! Okay, es ist fertig! Okay, wir zeigen euch jetzt ein paar Kulissen! Oder die eine Kulisse, eine von vielen! Okay? So, und die Kulisse! So, Freunde! Das hier ist ein Spielfeld von der Company! Krass! Aber wir haben nicht nur das! Aber wir haben nicht nur das, sondern auch das! Und nicht nur das, sondern auch das! Die Company! Die Company! So, meine Freunde! Wie ihr gerade sehen könnt, werden hier die zukünftigen Spiele stattfinden! Vielleicht wird uns der ein oder andere bekannte Fußballer uns besuchen hier! Dann hoffen wir ja mal! Dann hoffen wir mal! Oder der ein oder andere Rapper natürlich! Oder YouTuber natürlich! Ein YouTuber-Kollegen! Ihr seid alle herzlich willkommen! Würden wir uns auf jeden Fall freuen! Und an der Stelle bedanken wir uns natürlich an RK Kunstrasen, die uns diesen Kunstrasen zur Verfügung gestellt haben! Denn ich bin wiederum wählerisch, wie ihr wisst! Und ich wollte einen krassen Kunstrasen, der auch lange hält, der strapazierfähig ist und 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 und! Okay! Danke an die Jungs, die das hochgetragen haben! Freunde! Ihr könnt euch nicht vorstellen! Weil man sieht hier einen Raum mit Kunstrasen verlegt! Und man fragt sich einfach gar nicht, wie das Ganze zustande kam! Wie kommt das Ding überhaupt hier hoch? Das waren sechs oder sieben Kollegen mit Ach und Krach! Das Ding musste natürlich halbiert werden, weil das kann ich an einem Stück hier hoch! Und durch das Treppenhaus, Freunde, das war der Kampf der Titanen! Danke nochmal an Malte! Danke dir, Bruder! Danke für den krassen Kunstrasen! Ich küsse deine Augen! Das hat aber auch einen Applaus gespielt! Und wenn ihr die gesamte Kulisse hier sehen wollt, wenn ihr sehen wollt, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, okay? Während wir gedreht haben, guckt euch das ganze Video auf dem Hauptkanal, auf meinem Kanal, Eunice Jones! Geht mal auf den Hauptkanal und guckt euch die ganze Roomtour an! Da gab es alles! XXXL Roomtour, Freunde! Ihr werdet sehen, was wir überhaupt für eine Arbeit hier reingesteckt haben, okay? Also, dieser Kanal heißt natürlich nicht Challenge Sein Vater, hier werden mehrere Formate stattfinden! Okay? Und ihr werdet aufs Neue, immer wieder aufs Neue aufs Hops genommen, Alter! Die Lage wird Hops genommen! Yes, Alter! Mir fehlen die Worte, Digga! Wollah, mir fehlen die Worte! Ich bin straflos! Ein Applaus für uns! Und Freunde, wir wollen natürlich jetzt mehr Support, mehr Unterstützung! Wir haben wirklich sehr viel investiert hier in dieser Bude! Sehr, sehr viel investiert! Ja! Und wir wollen, dass ihr einfach nur ein Abo da lässt! Weißt du? Ein Abo kostet 100k vor jetzt, Mann! Diesen Satz haben wir hundertmal gesagt! Ein Abo kostet euch echt gar nichts, Freunde! Weißt du? Unterstützt uns damit! Weißt du, damit wir weitermachen, damit wir euch unterhalten! Weißt du, ich meine? Habibi, werdet ihr jetzt nicht abonniert? Was soll, was sollen wir noch machen? So ein Palast bauen oder was? Genau! Das geht alles natürlich nur mit eurem Support, Freunde! Verstehst, was ich meine? Deswegen! Es werden weitere Challenges, Formate, Kochformate, alles was, alles was hier stattfindet, findet Fatiya in dem Hauptvideo, in dem Roomtour-Video auf dem Hauptkanal! Es geht, das Video geht natürlich ein bisschen länger! Ja, wir wollen uns natürlich noch einfach mitteilen, dass es jetzt langsam losgeht mit der Company! Jetzt los geht's! Bitte verbreitet diesen Narm die Company! Teilt das Video jeden, Alter! Ich will, dass die Leute einfach mitkriegen, wer die Company ist! Weißt du, was ich meine? Stell dir vor in den Trends und 100.000 Mal mit! Ihr schlecht fliegt! Wir sind da! Papp, Papp! Wir wollen die Trends haben! Okay? You know what it is? Eine Sache muss man noch sagen, ne? Falls wir ein bisschen so Augen zu sind... Wir haben gerade 5 Uhr morgens! Wir haben gerade das Roomtour-Video gedreht und das hier auch noch abgedreht. Was ich meine? Wir sind fix und fertig! Wir haben 4 Uhr morgens gerade! Genau am 10! Aber das machen wir alles für die Familie! Für euch! Für die Company, Alter! Für die Company! Für die Company! Hashtag Company in die Kommentare! Also Freunde! Seid gespannt auf das nächste Video! Es wird Next Level! Wir sind jetzt weg! Peace out! Peace, Alter! Seid gespannt! Oh! Oh! ые hourly fliegt! Oh! Tja! Tja!